ARD Text im Auftrag von Funk Ard Text im Auftrag von Funk Auf dem Dach ist was Einer fast quackt da auf dem Dach Einer low auf dem Dach, wirklich low Nice, der's nocked, der got pushed Einer's quackt, Einer's quackt da auf dir Der Blatthorn, glaube ich Bei mir hier Hab den Konnt ihr mir mit dem Gegend nicht schneller helfen? Ich musste immer wieder suchen, weil ich auch dabei hoch Alles gut Ist da irgendwo eine bessere Leiter noch? Ich hab ne Scout Ne Alternators, ne, aber mehr nicht Naja, wissen wir nicht Oh, fliegen wir Faceliner? Ja Geistig, wie ruhen wir in die Runde? Oh, also wieder Top auf Flop Ich finde die Map viel besser als West Edge Da hab ich auch ganz hinten Garten Aber egal, ist zu weit weg Was ist noch ein Holo bei mir? Ich würde die Scout gerne durch ne 301 ersetzen Ich würde die Mastiff gerne durch ne Leiten Line oder so ersetzen Ich würde die Mastiff gerne durch ne Leiten Line oder so ersetzen Hier in jedem fast immer welche ne? Wir könnten auch noch tower looten gehen oder? Wollen wir noch tower kurz looten gehen? Das Garden Team könnte da sein, ne? Tower ist auf jeden Fall gelootet Ist auf jeden Fall schon gelootet, ich weiß nicht ob die gerade gelootet haben oder schon Jeder kann Schon vorher? Den kann ich nicht sagen Hey Marco! Bro, ein Jahr! Ganz dicker Kuss geht raus, vielen Dank, man Ein Jahr hier am Start Wie geht's dir, mein Lieber? Ich hoffe, alles gut Willkommen ein Jahr in der 1AP Gang hier Einfach besser, du sagst das, man Ich hoffe, dir geht's gut, mein Bester Holy shit, ein Jahr ist er dabei Holy Macaroni Ich hab hier nochmal Light Moon hingelegt, ich leg hier auch nochmal sowas hin Ich hab nur keine Batteries oder so Shorts von tower oben Ich kann da nicht ruhig Ich kann da nicht ruhig Ich kann da nicht ruhig Wir können hier von links rum gehen Ich könnte die am Stein ulten, wenn ihr wollt Ja, mach mal, ich geh von hier links rum Ich kann dann gleich einen Winkel kriegen Ja, deswegen geh ich hier links rum Dann hab ich einen Winkel Schafft ihr es hinzukommen zu mir? Ich kann hier die gleich weglasern Ich kann hier die gleich weglasern Ich glaube, auf jeden Fall einen getroffen oder Oh, einer won! Nein, Bro! Ich hab ihn 170 gegeben Fuck Noch einer cracked, Octane Okay Und dann Und dann Und dann Und dann Hast du das andere Team noch? Hast du das andere Team noch? Komm irgendwo in der Purple? Ich seh die nicht, ich kann das andere Team Ist auch da! Die kommen jetzt das andere Team Ein AP! Uh, der hat nichts mehr Der hat nichts mehr Die Raze ist auch cracked Cracked hinterm Stein Gut weg Gib ich's auch 1 Gib ich's auch 1 Die sind alle loading Oh mein Gott Oh, dem Tower pushen ist ja immer unangenehm Ja, Bro, dem Tower pushen Dann lass es sein, dann kommst du zurück Äh, das hat von wieder Wir haben einen Killpoint, die müssen nicht nur pushen Die müssen zu uns wegen sohn Ja, mir geht's grad, geht's mir gut Äh, nur Internet hat Faxen gemacht Heute Äh, mach jetzt auch bald Feierabend dann Na eh, schon wieder 5 Stunden hier quasi Oder 6 Stunden gleich am Start 6 Stunden, passt Auf jeden Fall gut Punkte gemacht, ey Hey Taktik Löwe, grüß dich, wie geht's dir? Ja Seht ihr halt grad nicht mehr, ich schieße nicht mehr Mal rum, die Fans ist Wir müssen hinter uns gucken, das andere Team müsste eigentlich rein Ja, ja Steps Sind da Wo sind sie? Ich höre die nicht Äh, Alter, waren das schon wieder eure Steps? Ich höre auf jeden Fall nichts Ja, manchmal ist das ein bisschen Bullshit, ist das Ich sehe, wir wollen niemanden, dann gehen wir zurück Ja, nochmal das war eure Steps Langsau Ja Zwei in die Hände, rechts, irgendwo hin Hier unten ist ein Weaveri Geradeaus Ja Oben und unten Rechts unten Rechts oben unten, überall Jacked, one shot Flash Nice Trigger Machen wir Sipp euch Auf irgendeiner Seite schießt mich einer ab Bubble ist weg, die sind außerhalb der Zone Die Triple Taken nervt, ey Ich bin immer noch in der Zone Die Triple Taken da, die nervt Ich hab so einen Arm-Ship weggeschossen, ich bin ja so gut Ach, die Bispiele Ja, komm mal, gehen wir mal rüber Heiß lang Wir zeigen ja auch viele da oben Hier sind die Gebabe Sollen wir den Putsch durch auf der Wallahein, oder? Ja, komm, wir sagen Ja komm, wir gehen lieber links Ich hab Ult, 6% Hier oben ist auch was, Vorsicht Ja, wir können die Sippe hier nehmen, hier richtig Die fallen weg Ich noch Ult, meine Ult ist jetzt auch ready Werft ihr da hinten irgendwie so, keine Ahnung Ja, ich muss hoch um die da oben Hier unten, hier unten Einer down, Instant down Noch einer down, Nockt hier Noch einer Nockt, das hier hart pushen Ich hab da einen genockt vor den beiden Nein Die hat Gold, die ist alleine, glaub ich Wollen wir die anderen Naah, Zonen, 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 Zonen Wollen wir die anderen, ah, Zonen, 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 Zonen Ja, lass Zonen laufen Ganz schön viel Distance, ganz schön viel Auf'n Feet Ja, wir machen die Zip wir können dann gleich über den ballon oder keine ahnung müssen wir nicht mal so weit ist es gar nicht aber wir müssen halt viel durch auf dem field deswegen meine ich ja bei baby und mami ist alles besten sarina den geht super moment fühlt sich zweimal nach dem essen so als ob sie ob der bauch platzt aber ich glaube das gehört dazu ja nicht doch wir können hier noch gleich gehen hier kommt noch einiges dann ist gleich auf jeden fall noch was kommen da hinten sehe ich was die vielleicht meinen sie von mir denke schon dass die deine siebten jetzt habe ich endlich mal 20 kids mit crypto geschafft und diese oben geht es erst mal gerade geht es mir ganz gut die sehen euch nicht aber mich da was sind schon ab und zu das Der letzte. Da hinter euch hinter euch hinter euch hinter euch hinter euch hinter euch. Locked. Angelo down on me. One shot hier hinten. Pass auf die Leute auf die in der Zone kommt. Die haben Portion gemacht bei mir. Fokus dich, fokus dich, fokus dich. Komm mit mir. Ich bin bei dir, Ralf kommst du und Ralf kommst du. Ja, ich bin auf Wisch. Ralf, one shot. Du hast die eine hier gefinished, komm her. Oh, ich muss dir danken, ne? Bubble Mestiff hat mir grad echt den Arsch gegen gedacht. Das hab ich schon noch nie gemacht. Das hab ich schon noch nie gemacht. War auch von mir? Oh, das ist nun schon wieder voller Schrauben, ne? Ja. 51 auf Purple. Aber einer muss noch außerhalb der Zone kommen, ne? Ja. Der ist wahrscheinlich... Wir müssen jetzt aber hier pushen, weil die Zone kommt. Einer hier hinten, ähm, 18er Hit auf Lila. Der Ballon ist einer, ja. Aber wir müssen den pushen. Wir müssen einfach den pushen. Einer, 50 auf Lila da. Das ist der Faker da. Wie der Arsch. Fake Boy in den Hut. Was? Da, da ist er. Da, da ist er. Oh mein Name. Push. Break. Tchiiiit. 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 Damit müssen wir doch, glaub ich, eigentlich Diamond 3 sein. Let's go. Ba-bam. Alter, die Wingman hat ja doch funktioniert. Da war richtig gut. Champions. Tchiiiit. Äh, Jungs, kurze pinke Pause. Machen wir nicht gut. Machen wir doch noch eine Diamond 3 sein. Noch nicht? Warte, doch. Ich muss erst mal hier lieben. Die Lobbydenker. Jetzt müsste es dann passieren. Ja, das ist ja. Beruhigen Sie sich. Denkst du, ich mache hier Fake Calls oder was? Ja, ja. Good news. I ranked up. Oh, stark geholt die Runde. Battle Pass Level 59. Is da. Schon neun kürzende Seize in der Welt immer.